Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 330. Mein Name ist René, außerdem heute Abend mit dabei der Herr Basti. Gude und Grüße. Und der Herr Dennis. Ja, Servus, hallo. Grüße gehen raus an den Herrn Marvin, der arbeiten ist und die Frau Alex, die leider heute auch nicht kann. Und wir stehen noch ein bisschen unter Zeitdruck. Basti muss hier sehr pünktlich wieder raus. So Podcastgeschäft ist am Laufen. Da muss gleich dann in die nächste Sendung. Aber wir wollen euch trotzdem ein bisschen mit aktuellen Dingen rund um die Eintracht versorgen. Und da gehören vergangene Spiele und neue Spiele dazu. So und leider müssen wir auch diese Woche wieder mit einer weniger schönen Nachricht anfangen, die heute reingedrudelt kam. David Abraham, der Kapitän, fällt nach der spontanen Auswechslung vom vergangenen Samstag jetzt für bis auf weiteres aus. Also man hat ja sogar schon darauf verzichtet, ein Datum zu nennen. Das ist jetzt auch irgendwie nicht so unbedingt das, was ich für den heutigen Tag gebraucht hätte. Da musste ich an den Dennis denken und das, was er in der letzten Sendung gesagt hat. Ja, ich leide auch. Da habe ich gedacht, wie Dennis zu Hause sitzen denken hat. Das ist genau eine Pressemitteilung nach Dennis-Geschmack gewesen. Nee, bin ich voll bei dir, Basti. Es war wirklich so. Ich habe das erste Mal gelesen, irgendjemand hatte berichtet, fällt zwei Wochen aus. Ich weiß nicht, ob es in der Bild war oder irgendwo. Genau, die Bild war es. Und da habe ich schon gedacht, na, mal sehen, ob das wirklich so stimmt. Das ist doch wieder das Typische. Am Anfang heißt es, während des Spiels wurde ja die Meldung angeblich rausgegeben, überhaupt nicht schlimm. Abraham, Donnerstag, Einsatz nicht gefährdet. Zumindest wurde das so propagiert von Sky, was auch immer, wo auch die immer ihre Quellen her haben. Dann habe ich gedacht, oh, na, sehen, das glaube ich schon mal nicht. Dann diese Meldung mit zwei Wochen und jetzt sind wir schon so weit, das bis auf weiteres. Das ist natürlich zum Kotzen. Wir haben es ja auch schon gesagt gehabt, wir waren ja jetzt auch mit dieser Innenverteidigung mehr als zufrieden. Wir haben noch gesagt, oh, die funktioniert gut, das ist super. Zwar die Rückkehrer mit Salcedo und, ja, wir wissen ja auch, dass er vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er vom Trainingsstand her ist, aber Russ auch jetzt nicht unbedingt so die ideale Nummer. Da kommen wir ja auch gleich nochmal mit dem Augsburg-Spiel auf ihn sicherlich zu sprechen. Aber da habe ich mir nur gedacht, verdammte Axt. Also man darf wirklich nichts mehr sagen, denn es wirkt alles wie eine Prophezeiung. Der Alex hat gerade im Chat noch geschrieben, dass noch keine konkrete Ausfallzeit benannt worden ist, weil noch Untersuchungen am Laufen sind und noch eine finale Diagnose ansteht. Aber trotzdem, das ist so. Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass es länger als zwei Wochen ist. Aber ich meine, das war auch irgendwie schon klar, also ganz ehrlich, in der Situation, der fällt quasi ziemlich, also da war jetzt nicht wirklich so ein großer körperlicher Kontakt. Und im Fallen signalisiert er quasi schon so nach dem Motto, ey, ich muss hier vom Platz. Da war ja eigentlich, also das ist ja jetzt auch kein Mimöschen, von dem wir da reden, sondern das ist ja schon ein gestandener Fußballer. Wenn der quasi im Fall noch hier den Reklamierarm hebt und sagt, hier bitte einmal austauschen. Eher ungewöhnlich, ja. Dann ist das schon etwas, wo man sagt, okay, da sind definitiv Schmerzen mit dem Spiel. Was ist es denn eigentlich, eine Wadenverletzung oder was? Also es wird, Wadenverletzung wird jetzt bislang mit angegeben. Wie gesagt, mit der Ergänzung vom Alex gerade eben im Chat, dass noch nicht alle Untersuchungen durch sind. Aber Basti, sorry, du meintest, er kennt seinen Körper, genau, ja. Im Endeffekt, die Spieler in dem Alter wissen sowieso genau, wenn es irgendwo zieht. Da hast du Erfahrungswert. Das war auch so eine Szene, die hat mich auch wieder so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt, weil das mir gezeigt hat, wie schnell sich sowas drehen kann. Du bist voller Euphorie nach diesem 1-0, nach diesem frühen 1-0, kannst es gar nicht fassen. Das Spiel hat kaum angefangen und du führst schon. Und zack, wird dir wieder aufgezeigt, ja, freut euch nicht zu früh. Auch wenn das Spiel natürlich, wenn wir ja gleich drüber reden, geil gewonnen wurde. Aber es zeigt halt doch, dass dieser Erfolg immer, und das geht ja nicht nur uns so, sondern das kann ja jedem Team passieren, immer auf wackeligen Füßen steht, weil jeden Moment irgendwie wieder was passieren kann. Eine rote Karte, ein Gegentor oder so eine Verletzung von einem der wichtigsten Spieler überhaupt. Das ist wirklich, ja, das hält vielleicht auch die Spannung bei den Fans hoch, weil du immer denkst, oh, müssen wir mal gucken. Also das war so ein Ding, das hat mich erst mal, zumindest die Euphorie von dem 1-0 war bei mir dann wieder weg. All die, weil die Eintracht ja danach auch die ein oder andere Chance vergeben hat. Ja, dann lasst uns jetzt, wenn wir ja schon quasi mittendrin auch mal auf dieses Spiel kommen. Und ich möchte das Segment zu diesem Spiel mit einem Zitat eines geschätzten Kollegen beginnen. Carsten Schellhorn, der twitterte, das ist selten, außer Gladbach spielen heute 15.30 alle Topklubs der Bundesliga und die Bayern. Basti hat es gerade eben schon angekündigt, wir sind quasi rasend in dieses Spiel reingegangen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, waren es jetzt 43 wieder, waren es 44 Sekunden, aber es war definitiv deutlich unter einer Minute. Da stand es schon 1-0 für die Eintracht nach einer grandiosen Übersicht und Vorlage von Haller, der quasi in der Drehung guckt und den Ball lang, wir kennen das alle, Bruder spielt den Ball lang, da auf der Gussmann und der eiskalt das Ding da reinschiebt. Also so schnell konnte ich gar nicht gucken. Mein Hintern hatte noch nicht mal die Couchspüre, da war schon 1-0 für uns. Ja, Leute, Leute, auch wenn es jetzt Woche für Woche so ist, aber wir können jetzt dafür, wenn er es Woche für Woche so abliefert, Haller ist einfach eine geile Sau. Wahnsinn. Also wie er diesen Ball, der wirkt auch wie so erhaben auch. Ich könnte dich am liebsten immer anfassen, wenn ich dir das hier. Er stoppt den Ball mit der Brust, sagt Pam, was los, hat irgendwie, wenn er den Ball hat, hast du auch das Gefühl, die Zeit läuft irgendwie ein bisschen langsam. Und dann spielt er den Ball da rein und der Gussmann zieht durch und ballert das Ding rein. Auch geil von der Säbe, kurze Seite. Ja, genau. Aber Haller ist schon einfach geil. Auch wenn er mich in der zweiten Halbzeit kurz genervt hat, weil er drei Situationen, komplett dreimal die gleiche Situation hat und nur eine davon reinmacht. Ja, das ist richtig. Aber das ist dann wieder der Moment, wo ich froh bin, dass wir nicht in so Alex-Meyer-Gedächtniszeiten abhängig sind von einem einzigen Spieler, der irgendwie Tore schießt, sondern da halt noch ein paar drumherum sind. Da kann der auch wegen mir dreimal so eine klare Chance irgendwie vergeben. Ist zwar irgendwie doof, aber auf der anderen Seite, jetzt stell dir mal vor, der hätte die Dinger noch reingemacht, dann wäre der ja nicht nur irgendwie bei den europäischen Topscorern auf einem Level mit Ronaldo und Messi, sondern der wäre ja vor allen. Das geht ja gar nicht. Das ist schon, Leute, ich weiß nicht, das ist für mich auch, wenn ich die Leute damit nerve, es tut mir leid, aber es ist für mich auch eine Art Therapie. Ich muss das euch immer wieder vor Augen rufen, was gerade abgeht. Leute, da ist eine List, die Europas beste Scorer, ja, da ist einfach Haller dabei. Und in der Bundesliga, die beiden Top-Torschützen sind beide von uns. Wir haben früher hier, keine Ahnung, schon 80 Flaschen Sekt aufgemacht, wenn nur einer von uns auch nur in der Nähe einer Torschützenliste ist, außer diese eine Saison von Meier, aber trotzdem waren wir schon froh, keine Ahnung, oh, Liberopolis hat eine gute Saison gespielt, er hat neun Tore geschossen. Ja, Leute, das haben die jetzt schon. Und das ist eine Qualität da vorne. Auch, da komme ich zu meinen einzigen Kritikpunkten, mir in der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit hat auch die Chancenverwertung nicht gefallen. Die Chancenverwertung, ja. Weil Jovic, dieser Lupfer von Jovic, der war sehr, sehr arrogant, muss ich sagen. Also das kannst du machen, wenn du 3-4-0 führst, von mir aus. Kannst du noch so einen Sahne auf die Torte setzen. Aber so wäre dieses Tor ja elementar wichtig gewesen, um ein bisschen die Nerven zu entspannen. Und ihr wisst es ja, ich bin ja dann doppelt nervös immer bei so Kackspielen. Und weil im Anschluss an dieses 1-0 und an diese zwei vergebene Chancen von Rebic auch, wobei ich Rebic da keinen Vorwurf mache, weil das kann ja passieren, wenn dir das Ding drüber rutscht. Aber Jovic hat ja bewusst die Entscheidung getroffen. Und dann wäre das eigentlich schon sehr komfortabel gewesen, wenn wir da höher geführt hätten. Weil Augsburg dann auch so ein bisschen durch unsere Mithilfe und diese Verunsicherung durch die Umstellung in der Abwehr und durch einen sehr, 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 ja, wie soll ich sagen, Vogelwild spielenden Mark Russ, ein bisschen Raum gekriegt hat, um sich zumindest so einigermaßen attraktive Halbchancen zu erarbeiten. Auch Ende, du hast es gerade schon angesprochen, und auch die Chancenverwertung natürlich auch von Augsburg. Ende der ersten Halbzeit war es, glaube ich, wo die geballt, ich sage jetzt mal, so drei, vier Chancen hatten, wo man gedacht hatte, Mann, jetzt müsste er aber mal wieder reagieren. Und was er jetzt wieder mir sagt, wir bewegen uns in dem Niveau fast von einem Top-Club. Du kommst aus der Halbzeit raus und lässt es gerade wieder krachen. Und das ist natürlich was Geiles, was wir lange nicht hatten, sondern die Mannschaft hat sich dann oft verunsichern lassen. Dann bist du doch wieder rausgekommen, dann hast du ein dämliches Gegentor. Oder du hast das Tor dann doch auch unglücklich noch vor der Halbzeit bekommen und dann warst du wieder aufgerüttet. So hast du einfach eigentlich, dann bist du aus der Halbzeit rausgekommen, 47. Minute, bam, leer, macht das Tor. Auch wenn er natürlich viel hat liegen lassen, das ist schon stark. Und das ist auch mittlerweile jetzt was, wo alle wissen, meine Güte, auch die gegnerischen Verteidiger wurden dann teilweise befragt. Man wird gesagt, ja, was willst du machen, wenn du gegen Eintracht Frankfurt spielst mit so einem Sturm? Wann hast du das mal gehabt? Sau geil. Ja, aber Leute, überlegt euch das mal. Das ist nicht nur ein Stürmer, den du sagst, boah, dem müssen wir decken nicht zwei, das sind drei. Und die Verteidiger, du hast es gesehen, das ist eine Art von Respekt, den hat man von Gegnern lange nicht mehr gehabt gegenüber der Eintracht. Einfach diese Hilflosigkeit zu sagen, ja Leute, wir können einen von den decken zwei, aber wie sollen wir denn alle drei immer unter Kontrolle halten? Weil die sind alle, und das war ein wichtiger Punkt, der Hinterherger, glaube ich, gesagt hat, ja alle drei robust, alle. Also die kannst du ja nicht komplett körperlich sogar aus dem Spiel nehmen, weil es alle drei Klötzer sind, die aber alle kicken können und auch noch ein Torinstinkt haben. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr selten auch bundesliga-weit. Also zu sagen, dass du so krasse Leute da vorne hast, die alle so gut in Form sind. Und Jovic, wenn wir beim 2-0 sind, das bereitet der auch geil vor. Der macht da einen auf Rebic, der läuft einfach los. Das ist ja nicht mal ein Trick, der sagt, so, ich habe hier einen Ball, ich laufe jetzt einfach an dir vorbei, du kannst eh nichts machen. Läuft an ihm vorbei, spielt den Ball durch und Hallein macht das Ding eiskalt rein. Ja, und dann, mich hat es ein bisschen an das Hoffenheim-Spiel erinnert. Zu sagen, okay, du gehst in der ersten Halbzeit in Führung, dann kommt der Gegner so ein bisschen besser rein. Hoffenheim hatte damals, glaube ich, sogar zwei Lattentreffer und Augsburg hatte jetzt auch gute Chancen. Kommst aber direkt aus der Halbzeit und machst direkt 2-0 und dann weiß der Gegner gar nicht mehr. Und dann denkt er, hm, irgendwie ist das, glaube ich, heute nicht unser Tag. Und dann war auch, glaube ich, Augsburg so ein bisschen der Zahn gezogen, dass man sagen kann, okay, ab da konnte man sich ein bisschen mehr beruhigen, weil dann die Eintracht das Ding einigermaßen wieder Kontrolle hatte, was auch, und wir erwähnen ihn hier eigentlich fast zu selten, auch ein Verdienst des Trainers ist, der scheinbar in einer Halbzeit auch reagiert hat und gesagt hat, Leute, so und so geht es nicht, beruhigt euch jetzt mal und bringt wieder die Struktur ins Spiel, die mich am Anfang des Spiels echt beeindruckt hat. Ja. Bin ich voll bei dir. Ja, definitiv. Dann hatten wir noch das 3-0 von Rebic nach Vorbereitung von Da Costa und dann diesen kleinen Schodenhaltsfehler am Ende. Gott, Gott, Gott. Ja, also das war auch so eine Situation, wo ich dachte so, hm, jetzt bitte nicht. Und es hat mich auch so ein bisschen gewundert, also ich meine, klar, der kommt da irgendwie raus und das war nicht beabsichtigt, aber der nimmt halt schon irgendwie, der guckt nur nach dem Ball und rennt da voll in den Mann. Da hätte ich auch den einen oder anderen Schiri gekannt, der hätte da schon mal so eine Karte gezogen für. Also das hat mich so ein bisschen irritiert. Habe ich mich auch gefragt, Leute, was glaubt ihr, wenn da keiner in der Mitte gestanden hätte, das wäre Elfmeter gewesen, oder? Also eigentlich wäre es Elfmeter und rote Karte. War es im Strafraum? Ich weiß nicht, ob es kurz vor dem Strafraum war oder im Strafraum. Es war hart auf der Grenze. Aber definitiv hätte es normalerweise dann eine Karte geben müssen, ja. Für mich sah es aus wie Elfmeter und rote Karte eigentlich. Gibt es ja nicht mehr, diese Doppelbestrafung. Diese Doppelbestrafung gibt es nicht mehr. Also wenn, dann wäre es gelbe Karte und Elfmeter oder rote Karte und Freistoß. Ja, also wenn es auf der Linie ist, dann schon noch Elfmeter. Ist ja auch egal. Also so wollen wir uns hier nicht an solchen kleinen Namen da aufhalten. Und Grüße an Manuel Baum, der Ball war halt trotzdem nicht im Haus. Ja, aber da muss man, also da an der Stelle muss man halt schon ganz klar sagen. Ich dachte auch, der wäre ausgewiesen, ehrlich gesagt. Also in der Wiederholung. Ich habe best damit gerechnet, dass der Videobeweis eingreift. In der Wiederholung siehst, also er hat es ja auch kontrolliert. Ich meine, es wird ja jedes Tor kontrolliert. In der Wiederholung siehst du halt schon, dass er einfach nur so ganzes Stückchen halt noch auf der Linie ist. Aber halt schon nicht mehr im Spielfeld, sondern quasi noch auf der Linie. Aber er war halt nicht komplett drüber. Da muss man aber halt auch dazu sagen, da haben der Schiedsrichter und die Assistenten halt auch alles richtig gemacht. Laufen lassen, gucken, was passiert. Weil abpfeifen oder nicht geben kannst du es am Ende immer noch. Aber das ist immer noch besser als irgendwie eine Chance kaputt pfeifen, weil wiederherstellen kannst du sie nicht. Also von daher muss man da schon sagen, das haben sie sehr ordentlich gemacht. Ja, ja, ja. Und Manuel Baum hat es ja dann auch angesehen. Deutschland, letzter Schiering. Grüße, Herr Freier. Stimmt, ja. War stark, war gut, auf jeden Fall. Genau, es ist ein bisschen erschreckend, wenn man jetzt auf die letzten zehn Spiele der Eintracht guckt, weil wir damit jetzt zehn Spiele in der Reihe nicht verloren haben. Neun von zehn Spielen gewonnen. Ey, was ist denn los? Es ist halt schon, also, eine ganz fiese Nummer. Überlegt euch, wie wir über dieses Augsburg-Spiel gedacht haben. Und ich finde auch gar nicht, dass es unberechtigt war, diese teilweise Bedenken, die wir hatten. Die sind ja normal. Aber die Eintracht wichst das echt souverän runter. Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, was los ist. Mir fällt es auch immer schwerer, mir jetzt irgendwie wieder einen Präventiv-Persimismus gegen Wolfsburg einzureden. Also, momentan ist es krass. Ich fühle mich auch so ein bisschen hilflos. Das ist wie, als hätte mir irgendwie jemand die Stützräder weggenommen und ich soll jetzt hier alleine Fahrrad fahren. Ich kann damit noch nicht umgehen. Ja gut, du hast schon richtig gesagt, Basti, die Mannschaft ruft momentan ihr volles Potenzial ab. Und selbst so Ausfälle, so harte Ausfälle wie die Verletzung jetzt von Abraham, wo du merkst, Russ, der auch nicht wirklich ins Spiel wirklich gut reingekommen ist, dann auch gerade beim, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, das Gegentor. Aber das war natürlich auch, wo du sagst, meine Güte, da siehst du dann, dass im Russ auch die Spielpraxis fehlt. Er steht einfach sinnlos da rum. Ich weiß gar nicht, wer hat das Tor von Augsburg gemacht gehabt? Cordova. Cordova, so heißt der Mensch, genau. Also merkst du natürlich, der steht frei, das darf nie passieren. Aber das sind Situationen, wenn es dann hinten 80 plus oder sogar fast 90. Minute ist, ist das wirklich egal. Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch sowas, da siehst du, das tut mir schon weh. Und mittlerweile sind wir so gut und alles läuft so geil, dass man sich, also ich mich zumindest, bei so Kleinigkeiten erwische, dass ich denke, verdammt, jetzt hättest du doch auch zu Null spielen können. Warum hat der Wörter nicht aufgepasst? Was ist da los? Und sobald wir, wenn wir jetzt sogar schon in dem Stadium angekommen sind, dass wir sogar sagen, Mensch, ein 3 zu Null, das wäre geil gewesen. Wo sind wir denn gelandet? Wahnsinn. Es ist wirklich einfach nur genial. Der Marvin und ich haben heute auch bei Fußball 2000 drüber gesprochen, als wir das Marseille-Spiel dann getippt haben. Und ich sage 2 zu 1, der Marvin sagt 2 zu 0. Mit was für einer Selbstverständlichkeit wir hier mittlerweile dastehen. Und dass wir sagen, ja, wir gehen zu Hause gegen Marseille, das werden wir wahrscheinlich gewinnen. Also, ich weiß gar nicht. Das ist echt irgendwie krass. Nürnberg-Relegation ist echt noch nicht so lange her. Und jetzt stehen wir hier und sagen, ja, wir sind jetzt schon in der Euroleague weiter gegen Marseille, werden wir wahrscheinlich auch gewinnen. Wir haben jetzt 9 Spiele von 10 gewonnen, alles ist gut. Aber das Gegentor, das stört uns dann doch hier. Nein, aber so ist es wirklich, Dennis. Aber das spielt bei mir auch viel rein, dass ich wirklich auch von Trapp immer mehr überzeugt bin. Also, er hat immer mehr in diese Rolle reingewachsen, die, glaube ich, die Verantwortlichsten auch von ihm erhofft haben. Hat auch ein ordentliches Spiel gezeigt, gerade eine Szene gewesen. Ich glaube, kam dann so von links so ein Schlenzer, den er sehr schön rausgefangen hat. Das war so eine Situation, das war nicht ein Ball, den du halten musst, sondern den kannst du halten und da ist Trapp da und das ist geil. Und das ist was, wo ich einfach auch total froh bin, dass wir ihn haben in der Situation. Genau. Ja, dann vielleicht auch gerade, wenn wir bei Trapp und Sturm und so weiter sind, es gab ja noch einen, ich weiß gar nicht, ob das in dem Kicker-Artikel war oder ob das in dem Auftritt von Bobic im Doppelpass war. Das war so ein bisschen ein fließender Übergang, von daher kann ich das nicht mehr genau jetzt auseinandernehmen. Wo er auch zum einen ganz klar gesagt hat, dass man auch drüber nachdenken würde, eventuell Trapp nochmal dann längerfristig an die Eintracht zu binden, dass man aber mit den Gesprächen eben wartet, bis der Zeitpunkt da ist. Und er hat eben auch nochmal ganz klar zu der Frage, ob da vielleicht im Winter schon irgendwelche Abgänge mit Bezug auf unsere drei Lieblingsstürmer da sind, wo er ganz klar gesagt hat, die brauchen gar nicht anrufen, im Winter brauchen wir da gar nicht drüber reden. Nach der Saison, wissen wir alle, ist noch lange hin, aber das ist dann eher. Aber es ist doch schon mal positiv, weil am Anfang hat sich das ganz anders angehört. Da hieß es ja, das ist jetzt nur Rönnus Verletzung, den können wir uns eh nicht leisten und das ist weg. Aber ich glaube, Trapp sieht auch was, was er an uns hat. Wir sehen, was wir an ihm haben, weil er ist auch so ein bisschen der neue Boatengen. So ein bisschen, du merkst schon, wenn da hinten die Leute anfangen, so ein bisschen nachlässig zu werden, ist er derjenige, der die Leute jetzt anschreit. Also der sagt, ich glaube, das kaufen die Spieler ihm aber auch ab. Weil wenn er einer ist, der mit Mbappé, Neymar und was weiß ich, Cavani, Verratti, mit wem der alles zusammengespielt hat und auf was für einem Niveau dann auch teilweise, weil er war ja nicht immer nur auf der Bank, sondern er war ja eine Zeit lang auch Stammtorwart. Ich glaube, das kaufen die jungen Spieler ihm auch ab, wenn er das macht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil Rönnus könnte das nicht machen. Also Rönnus hätte, glaube ich, nicht das Denning gehabt zu sagen, okay, er faltet jetzt mal eine Hintermannschaft zusammen, die ein bisschen unkonzentriert ist. Und da muss man wirklich an Marco Rus noch ein paar Worte richten. Das war ja eine Katastrophe, sorry. Also bei allem Respekt, wie der dort diese Seite offengelassen hat. Die mussten den Ball ja nur rausspielen, das sah aus wie ein Konter, weil der Vogel wild irgendwo rumgestanden ist. Klar ist er kalt reingekommen, aber das war eine Katastrophe. Ich hoffe, dass, wenn er jetzt weiß, dass er von Anfang an spielen muss, dass er sich da mehr konzentriert, weil er hat es ja in der Euroleague zumindest auch schon gezeigt mit guten Spielen. Genau. Dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, dass die Mannschaft das auffängt. Aber wollte ich trotzdem... Wir können ja froh sein, dass wir ihn als Backup haben. Ja, das war ich dann in Augsburg. In Augsburg war ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe da schon in der Halbzeit überlegt, wechsel den wieder aus und mach Fernandes von mir aus in den Verteidigung, weil ich echt Befürchtungen hatte, dass das nicht gut geht. Aber gut, ist gut gegangen. Ich habe gar nicht meckern, aber bei Trapp ist wirklich, man darf... Man hat viele Leute, weil diese Büffelherde natürlich schon auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit zusammen niederrennt. Man darf aber auch Hasebe nicht vergessen. Ja, ganz, ganz groß. Hasebe war wahrscheinlich der beste Mann auf dem Platz. Ganz groß, ja. Indika, immer noch, jede Woche werde ich sagen, solange bis er 30 ist und bei uns spielt hoffentlich. Dieser Typ ist 19 Jahre alt. Wie souverän der das da macht. Na klar hat er ein oder zwei Fehler drin, aber das sieht aus, als hätte er nie was anderes gemacht. Als wäre er schon seit 10 Jahren bei uns und würde immer seinen Stiefel runterspielen mit einer Ruhe für einen 19-Jährigen, die echt beeindruckend ist. Der wird auch nicht günstiger. Nee, definitiv nicht. Der Guzman kommt, glaube ich, immer mehr an sein optimales Level ran, nachdem er auch ein paar Startschwierigkeiten hatte. Das sind... Fernandes fällt zumindest nicht negativ auf, das ist auch wichtig. Das sind alles Sachen... Da Costa hat auch irgendwie seine Flankentechnik ein bisschen verbessert. Der flankt jetzt irgendwie, slidet die viel geiler rein irgendwie. Das sind alles... Kostic haben wir auch schon oft gesagt. Also du kannst hier wirklich nicht mal Einzelspiele rauspicken. Und das macht mir nämlich Mut. Weil wenn dann jetzt die Verletzungen kommen, klar dürfen jetzt nicht drei oder vier Schlüsselspiele auf einmal ausfallen, weil da wird es echt eng. Dann wird es wieder schwierig, ja. Nichtsdestotrotz ist es so, dass, was Dennis gesagt hat, das ist nicht mehr so eine Alex-Meyer-Nummer. Also du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass nur, wenn der ausfällt, war es das. Sondern selbst wenn jetzt Haller sich mal verletzt, dann hast du die anderen beiden vorne. Einer von denen da, da hast du auf den Aus noch Alternativen. Ein Garcinovic, der noch von der Bank kommen kann. Ein Garcinovic kommt von der Bank. Im Winter soll vielleicht nochmal nachgewässert werden. Also momentan ist alles gut. Und Leute, wie gesagt, wir müssen uns jede Woche einen größeren Löffel holen, um diese geile Euphorie aufzuessen. Weil, wer weiß, es kann schnell umgehen. Haben wir in kleinen Teilen in dem Augsburg-Spiel auch gesehen, durch Verletzungen oder schlechtere Leistungen von einzelnen Leuten. Aber momentan ist alles so, so geil. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich jetzt daran denke, dass wir gleich über das Marseille-Spiel reden. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nochmal kurz, zwar Säbe zwei Worte verlieren, weil der kommt mir in der Tat bei dem ganzen Thema manchmal ein bisschen zu kurz, weil wie du schon sagtest, so die ganze Offensivabteilung, das alles so ein bisschen überstrahlt. Aber wenn du dir jetzt einfach nochmal anguckst, der Kerl ist 35, spielt zum wiederholten Mal, jetzt muss man schon fast sagen, die Saison seines Lebens, mit einer, was für eine Abgeklärtheit und mit was für einer Relaxtheit und Ruhe, der darin geht und einfach ganz viel einfach auch durch sein grandioses Stellungsspiel da irgendwie weg macht, das ist einfach mega. Richtig geil. Und ihr habt es ja schon angesprochen, das 1-0 war ja vorbereitet von Hasebe. Das war doch der lange Ball auf Haller, oder? Ja, von ihm auf Haller und von Haller auf Degussmann. Drei Stationen, 43 Sekunden. Richtig stark. Wahnsinn. Das war auch wichtig. Das war diese Büchse, die geöffnet wurde, was wir gesagt haben. Das hast du ja gemerkt, dass das dieses Spiel auch erleichtert hat. Weil wir hatten diese Chancen ja danach trotzdem, auch wenn die nicht reingegangen sind, aber wir hatten sie. Das heißt, die Eintracht ist da auch jetzt nicht. Und das ist so ein bisschen, das dauert bei mir, bis ich es realisiere, aber ehrlich gesagt, die Eintracht ist keine Überraschungsmannschaft à la Augsburg, wenn die mal in den Europapokal kommen, Mainz, Freiburg. Es gibt ja immer mal so einen Verein, der irgendwie dann... Ja, ja, stimmt. Das ist schon was anderes. Es geht schon ein bisschen in Richtung Gladbach, was wir uns immer erträumt haben. Noch nicht ganz auf dem krassen Niveau wie Gladbach in ihrer Hochzeit, aber trotzdem ist es zumindest auf dem Weg dahin. Wie du schon selbst gesagt hast, das Relegationsspiel in Nürnberg ist jetzt noch nicht so lange her. Und wenn du siehst, was wir da jetzt für eine Entwicklung gemacht haben und wie viel Zeit Gladbach für die Entwicklung gebraucht hat, können wir und sollten wir auch noch nicht auf dem Level sein, weil das ist dann auch ungesund, wenn es irgendwie zu schnell geht. Also von daher... Es ist geil zu wissen, okay, das ist jetzt keine Eintragsfliege, die wir jetzt irgendwie... Das könnte sogar. Und wenn man Bobic glauben darf, und das war ja fast für mich die Meldung des Wochenendes, die so ein bisschen an der Seite lief, der dann tatsächlich angeblich gesagt hat, dass Rebic keine Ausstiegsklausel hat. Ja. Ich glaube das noch nicht, aber wenn das so wäre. Bin gespannt, ja. Und wenn alle da vorne keine Ausstiegsklausel haben, dann werden wir zum ersten Mal in unserer Fankarriere als alterer Fans für den Schmerz eines Verlustes ausreichend entschädigt. Da freue ich mich dann auch schon fast irgendwie drauf. Also ich weiß nicht, ich habe kein Audio- oder Videoteil gesehen, wo er das gesagt hat, aber zumindest stand es im Kicker und in vielen anderen auch, wobei ich da nicht weiß, wer von wem abgeschrieben hat, ganz deutlich, dass Rebic keine Ausstiegsklausel hat, dass man das durch die Vertragsverlängerung im Sommer quasi ohne Klausel gemacht hat. Und es wird ja auch die ganze Zeit gesagt, dass die Ablöse von Jovic nur circa rund 8 Millionen beträgt. Und unter 8 Millionen. Oder unter 8 Millionen. Da hat man ja fast schon ein schlechtes Gewissen. Nein. Ich habe wegen vielen Dingen ein schlechtes Gewissen, aber deswegen nicht. Keine Chance. Ja, auf jeden Fall. Es kommen wieder so ein paar Rückkehrer. Paciencia ist wieder im Training. Salcedo ist wieder im Training, den wir jetzt dann auch ganz dringend brauchen. Und es steht ein Euroleague-Spiel bevor. Wir spielen am Donnerstag zu Hause, 21 Uhr, gegen Marseille. Für die es in der Euroleague halt auch eigentlich um nichts mehr geht. Also Tabellensituationen. Wir aktuell Erster mit 12 Punkten, Lazio Zweiter mit 9 Punkten, Marseille und Apollon beide mit einem Punkt. Also die können auch in den zwei Spielen da nichts mehr reißen. Wohingegen in der Liga sie als Fünfter am Samstag gegen den siebten oder achten spielen. Also das ist für die wahrscheinlich eher interessant. Ja, ist jetzt so die Frage. Einstellig oder zweistellig am Donnerstag? Ja, die haben glaube ich trotzdem noch eine Rechnung mit uns offen. Ja, davon gehe ich aus. Dass es denen so gut gepasst hat, weil es auch so ein bisschen die Krise bei denen mit eingeleitet hat. Die jetzt gerade erst sind die dabei, sich davon so ein bisschen zu erholen. Also ich glaube, das wird nicht so einfach. Das wird es mit Sicherheit nicht. Also ganz ehrlich, wir haben die in einem total leeren Stadion in unserem ersten Euroleague-Spiel haben wir sie schon so ein bisschen da niedergemacht. Also ich glaube, das gefällt denen nicht so wirklich. Wie denkt ihr denn, werden wir diesmal mal eine Rotation sehen, dass wir Spieler wirklich schonen für das Spiel? Dann spreche ich mir ja sicherlich nachher auch kurz mal zumindest drüber über das in der Wolfsburg-Spiel. Werden wir uns so ein bisschen den Fokus drauf setzen, lieber mal ein paar Spieler wirklich mal ein bisschen durchzurotieren und hier vielleicht mal auch Nikolai Müller oder sonst wem in der Startelf zu sehen? Oder meint ihr, wir werden eher so dieses typische, ich sage mal den Elferblock, den wir momentan jetzt haben, der eigentlich auch unsere A-Elf ist, vielleicht nochmal mit dem Gasinovic, der vielleicht mal reinrückt und dafür jemand anderes oder denkt ihr, wir werden tatsächlich mal rotieren? Also in Anbetracht dessen, dass wir ja, wie war das, habe ich das richtig im Kopf, dass wir als Tabellenerster, denen die aus der Champions League runterrutschen, aus dem Weg gehen können? Nein, können wir nicht. Nicht allen, weil das zu viel ist. Nicht allen, genau. Ach so, okay. Ja, aber ich denke schon, dass man da zumindest irgendwie jetzt schon anstrebt, den Tabellensieg da noch irgendwie mitzunehmen und das willst du nicht unbedingt im letzten Spiel gegen Lazio dann da irgendwie mitnehmen. Also wir werden jetzt nicht mit der totalen B-Mannschaft da auflaufen. Du wirst sicherlich ein bisschen Rotation da drin haben. Aber du wirst jetzt keinen totalen Wechsel oder irgendwas machen. Ich denke das auch nicht gerade, weil jetzt auch wieder eine Pause war letztens. Ich glaube, dass wir so an Maxi, ja gut, Abraham sowieso jetzt. Abraham, das Thema ist durch. Maximal drei Positionen vielleicht. Also das kann ich mir schon vorstellen, aber eine komplette Rotation, dass man wirklich jetzt plötzlich anfängt mit Turgota oder so zu spielen, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil, ja, ich hatte es mit Marvin auch heute schon besprochen. Ich habe viel mit Marvin heute besprochen, wie ihr merkt. Ja. Das, ihr kennt das doch auch von, 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 von den Länderturnieren, also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, wenn eine Mannschaft irgendwie die ersten zwei Gruppenspiele gewinnt und dann plötzlich im dritten Gruppenspiel die BF auf den Platz schickt, die scheiden ziemlich oft dann im Achtelfinale schon wieder aus, weil die dann so ein bisschen ihren Flow verlieren. Das will ich nicht. Also, dass die so einen Bruch drin haben und dann musst du dich gegen Wolfsburg wieder neu sortieren, sondern die sollen sich so ruhig ein bisschen für Wolfsburg einflouren, egal ob die dann gewinnen oder nicht, aber einfach eine gute Leistung zeigen, eingespielt bleiben, die Form halten und dann kannst du nämlich immer noch in der 55. Minute mal den rausnehmen, dann in der 16. und in der 70. noch einen, um denen so ein bisschen Regeneration zu verschaffen. Aber eine komplette Rotationsmaschine würde ich nicht anwerfen. Ja, dann sag doch mal. Also, im Tor haben wir auf jeden Fall Trapp. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht spielt, vielleicht ist auch Renaud da wieder drin. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob Trapp jetzt diese Verletzung, die er hatte, vielleicht tut ihm eine Pause da ganz gut. Das wäre die einzige Position, wo ich keine Bauchschmerzen hätte. Aber ansonsten, ja gut, dann die Dings Russ, Indika, Hansebo. Die Verteidigung setzt sich selbst ein. Die setzt sich quasi aktuell selbst. Ich habe fest, Hansebo kommt das alles noch ein bisschen zu früh. Den werden wir gegen Wolfsburg sehen, aber mehr auch nicht. Meinst du schon gegen Wolfsburg, ne? Könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Dann Kostic, da Kosta bleibt auch wahrscheinlich alles. Oder vielleicht lassen wir Kostic mal. Vielleicht lassen wir Kostic mal draußen und tun Willems rein, genau. Ja. Weil er muss endlich auch mal Spielpakt sammeln und diese scheiß Konzentrationsschwächen abstellen. Das geht mir auch auf den Tag auf. Ist er da auch nicht gesperrt oder so, ja? Es könnte ja sein, dass er noch eine rote Karte hatte. Ist er noch gesperrt? Ne. Ne, darf spielen. Der Stendera ist gesperrt. Ja, der Stendera hatte... Er wäre eigentlich ein Kandidat gewesen. Den hätte ich jetzt eigentlich gesehen. Ja, aber gut. Okay, also Willems auf links, da Kosta mit Sicherheit auf rechts. Da führt, glaube ich, kein Weg aktuell noch dran vorbei. Ja, dann hat die Guzman Fernandes auch, weil das ja jetzt auch keine... Vielleicht bleibt Fernandes mal draußen und Alain spielt mal wieder keine Ahnung. Ja, Alain ist ja gar nicht. Der ist nicht spielberechtigt. Also mein Tipp wäre ja, ähm, Garzinovic und Fernandes. Ich glaube, Fernandes will es auf jeden Fall drin haben als Stabilität da im Mittelfeld. Ja, aber den Guzman für die Standards würde ich schon spielen lassen. Der ist auch gerade so, das hast du vorhin, glaube ich, gesagt, René oder Basti, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ähm, dass er so ein bisschen in den Flow reinkommt. Und ich glaube, ihm tut es wirklich gut, dass er diese Spielzeit hat. Ja, das ist wirklich ein Spieler, den würde ich jetzt ungern rausnehmen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Garzinovic vorne, äh, für einen der drei unserer Büffelherde aufrollt. Also vielleicht für einen Jovic. Das würde ich auch denken. Ich würde fast denken, dass vielleicht Haller sogar draußen bleibt und Rebic. Also ich glaube, Rebic spielt auf jeden Fall. Weil ich glaube, in der Euroleague hat er noch Bock drauf, weil er da nicht so zum Zuge gekommen ist. Aber ich glaube, Rebic spielt auf jeden Fall. Und dann wird einer von, äh, von den anderen beiden wird wahrscheinlich für Garzinovic weichen. Das glaube ich auch. Und dann spielen wir mit gegen Wolfsburg wieder mit der Büffelherde. Da bin ich fast von überzeugt. Weil ich glaube auch, dass es mittlerweile spielerisch gar nicht die optimalste Lösung ist, weil für mich Rebic immer noch kein Zehner ist. Aber alleine, dass der Gegner diese Ängste hat, die Augsburg nach dem Spiel geäußert hat, die haben die Wolfsburger dann, glaube ich, auch vorm Spiel. Zu denken, okay, shit, wir müssen uns echt hinten was ausdenken. Dann bindest du ja auch viele Spieler. Also wenn du weißt, da sind drei Büffel da vorne, um die du dich kümmern musst. Und meistens reicht ja auch ein Gegenspieler nicht. Das heißt, du müsstest theoretisch drei Spieler doppeln. Mindest situativ. Das sind schon mal vier, fünf, sechs Spieler, die da irgendwie eingebunden sind. Macht natürlich dann Raum für den ein oder anderen Spiel, wie wir es bei Degussmann gesehen haben. Du hast ja gesehen. Die haben sich dann auf die drei konzentriert. Ja, und dann legt Haller den Ball ab. Und wer steht dann da? Ja, steht halt Degussmann da. Das ist halt, das kann auch ein Mittel werden. Ja, deswegen. Aber ich glaube, gegen Marcel werden wir vielleicht zwei, drei Änderungen sehen. Das ist auch ein Ort. Also bei Nikolaj Müller denkt ihr auch, dass der eher nicht einen Startelf letztes Mal bekommt. Weil er jetzt so lange, er ist immer an der, man hat das Gefühl, was ihr vorhin gesagt habt. Ich habe auch gedacht, Stendera ist nah an der Mannschaft, ist ja wieder rausrotiert gewesen gegen Augsburg aus der kompletten, aus dem kompletten Kader. Dafür waren halt mal wieder Hagota und Müller. Obwohl ich, wie gesagt, Hagota auf keinen Fall von Anfang an, der kann meinetwegen, ich weiß gar nicht, ist er spielberechtigt? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, der ist spielberechtigt. Im Chat kommt gerade noch die Ergänzung, dass Salcedo für die Euroleague nicht spielberechtigt wäre. Also selbst wenn der jetzt wieder fit wäre, hätte der sowieso nicht reingedurft. Weil er schon verletzt war bei der Meldung. Kann man das im Winter noch ändern? Ich glaube nicht. Irgendwann musst du da nochmal nachnominieren können, oder? Ich kann ja nicht mit Marco Russ nach Baku fliegen. Fliegen wird er auf jeden Fall. So wunderbar, Varroganz, ich liebe es. Ich gucke gerade mal nach Nominierung, ob wir da was finden. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, keine Ahnung. Nee, aber dann lassen wir einfach Nico Müller mal auf der Bank sitzen und dann kommt er vielleicht nochmal zu einem Einsatz. Wie du gesagt hast, wir müssen ja, ich hoffe ja auch, dass wir dann nicht wieder in der 80. Minute erst wechseln, weil das ist zwar schön für die Auflaufprämie, aber zum Schonen bringt das auch nichts. Kannst du dann wirklich mal Leute rausnehmen früher. Hauptsache es verletzt sich keiner. Hauptsache wir erleben wieder eine geile Stimmung. Da habe ich auch Bock drauf. Ich glaube auch, dass obwohl das jetzt vielleicht nicht mehr ums Weiterkommen geht, das wird trotzdem eine magische Nacht wieder. Ich glaube, das wird die dritte, die wird ähnlich geil wie die anderen beiden. Denke auch. Das wird fett und ja, das ist so. Kommt denn Marseille mit vielen Fans? Habt ihr da was mitbekommen? Habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich habe auch nichts gehört. Ich hoffe, das fände ich cool. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die durchaus mit der ein oder anderen Fanbase da auch... Also ich wage die Prognose, Dennis, dass die mehr mitbringen als die Mannschaft am Sonntag. Das ist jetzt aber ein... Ich bin hier für die Stadt jetzt verantwortlich, lieber René. Ich lehne mich jemals so weit aus dem Fenster, ich fall fast runter hier. Ja, soweit wie mit euren Tipp-Empfehlungen aus dem Wettbrötchen. Ich kriege noch 5 Euro von dir. Warum? Hast du nicht auf die Buffalo Bills und auf Davis Cup Kroatien gewettet? Nee, ich habe auf Leipzig gewettet, weil ich euch ausnahmsweise mal vertraut habe. Ja, da hättest du uns auch komplett vertrauen müssen, lieber René. Da musst du noch genauer die Sendung zu. Ja. Aha. Alles ohne Gewehr. Alles, ja. Wurde nicht gesagt, wurde nicht gesagt ohne Gewehr. Nur gut. Ja, aber die werden schon mit einigen an Fenster auftauchen. Die Mannschaft wird schon auch ein bisschen Bock haben. Die werden sich jetzt auch nicht nur mit einem Punkt aus der Euroleague da irgendwie verabschieden wollen. Also das könnte schon noch ein interessantes Spiel werden da am Donnerstag. Ich bin mal gespannt, wie... Ist aber auch wieder so und ich erzähle fast jede Woche immer das Gleiche, aber es ist auch wieder so ein Spiel, wenn du gegen die einzelnen Führungen gehst, glaube ich nämlich nicht, dass die Motivation dann ausreicht. Weißt du, was ich meine? Klar wollen die von vorne rein das Spiel nicht abschenken, aber umso länger das Spiel dort und wenn die Eintracht vielleicht führt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann nochmal alle, alle, alle Kräfte mobilisieren, weil die, glaube ich, auch wirklich dann doch denken, dass die Liga für sie wichtiger ist, um da wieder weiter zu kommen. Das stimmt. Ja, das Tor ist da wichtig, ja. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Wobei man halt auch da durchaus nicht vergessen darf, so Standards sind bei denen halt auch immer so eine Nummer. Das 1-0 alleine bringt dir halt nichts, wenn am Ende dann doch wieder irgendwie so ein blöder Eckball oder irgendwas da reinsegelt. Ja, also nachlegen wäre dann schon noch Pflicht für mich. Was tippt ihr denn, Herr Basti? 2-1 für die Eintracht. Dennis? Ich tippe 1-0 für die Eintracht. Ja, so ein 3-0 wird es schon werden. Sehr gut. So, und dann hat Basti schon unseren nächsten Gegner angesprochen, der mit, ich würde es jetzt mal nennen, überschaubarer Fanbase am Sonntag anreist. Wir spielen Sonntag 18 Uhr wieder zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, die am vergangenen Wochenende glücklich 1-0 gegen Leipzig gewonnen haben und mir, wie gesagt, damit meinen Tippschein gekillt haben. Das ist jetzt schon, glaube ich, dann eher so das Spiel, was eigentlich ganz klar für uns sein muss. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren in der aktuellen Verfassung. Auch wenn Wolfsburg gegen Leipzig glücklich gewinnt, wäre das schon eher so eine Mannschaft, wo ich sage, da sollte jetzt nicht viel anbrennen. So weit bin ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht, als dass ich das einfach so wegmoderieren könnte und sagen könnte, nee, da geht nichts schief. Ich sehe da ganz, ganz viele Sachen, die schief gehen können. Unangenehmer Gegner, der immer unangenehm ist, weil er immer an einem Tag trotzdem von seiner individuellen Klasse leben kann. Auch wenn das eine Mannschaft ist, die meistens nie guten Teamgeist hat. Die haben aber jetzt zumindest einen Trainer, der zumindest immer die ersten zwei Jahre akribisch arbeitet, bis er dann rausfliegt und irgendeine Spielerfrau anpackert. Nein, aber es ist trotzdem nicht, die sind nicht komplett blind. Und die haben, Weghorst heißt er, glaube ich, der ist schon ganz geil. Also da sind schon ein paar Kicker dabei, die nicht zu verachten sind. Das hat Wolfsburg ja traditionell, die haben ja immer einigermaßen viel Qualität. Das ist unangenehm, aber auch hier geht, und das ist das Motto für die Saison, liebe Hörer, das werdet ihr merken, auch hier kann uns ein frühes Tor für erhelfen. Ja, und wenn wir die Leistung abrufen, das gehört natürlich immer dazu, Basti, was wir auch nie vergessen zu sagen, dann gewinnen wir auch. Wenn wir die Leistung abrufen, die wir jetzt am letzten Samstag teilweise haben vermissen lassen, Chancenverwertung hast du ja vorhin schon angesprochen, wenn du die noch machst und einigermaßen effizient bist, soll da nichts schief gehen. Ich habe gerade nochmal geschaut gehabt, was die an Spielen hatten. Die hatten natürlich auch die letzten Spiele ganz schöne Kracher, gegen die sie dann halt verloren haben. Kracher in Anführungszeichen, wenn du Bayern München noch dazuzähnen willst, aber der hatte BVB, Bremen, dann zwei Spiele hatten sie gewonnen, das war Hannover und Düsseldorf. Ja, es ist nicht ganz so, ganz so einfach. Muss man einfach mal schauen. Es ist schon keine Bratwurstmannschaft. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, du musst da gewinnen. Also da musst du halt auch wieder, du darfst nicht vergessen, wir spielen dann trotzdem erst gegen das Handy nicht. Und das ist trotzdem so, ich glaube wir dürfen auch nicht, weil es jetzt halt so krass läuft denken, dürfen wir nicht denken, dass es immer so weitergeht. Irgendwann wird diese Euroleague sich auch ein bisschen bemerkbar machen, was völlig normal ist. Das passiert ja selbst Mannschaften, die jahrelang Champions-League-Erfahrungen haben, Dortmund und so, die dann trotzdem ab und zu im Liga-Alltag. Und das ist halt, ganz ehrlich, Wolfsburg ist der grauste aller Liga-Alltage. Die kommen ohne Fans hierher, das unattraktiver Gegner, die dann trotzdem gut sind. Also das ist ja, boah, das ist ja der fast langweiligste Heimgegner, den du in der Saison haben kannst. Und das geht den Spielern ja auch so. Die wachen ja nicht mal uns auf und denken, boah, geil, wie ich bin jetzt zu Hause gegen Schalke, hier 18 Uhr, flutlich vor unseren geilen Fans, sondern nee, das ist Sonntag. Da hat eh schon, Sonntag, 18 Uhr ist kalt. Schon hart. Wolfsburg ist, glaube ich, wenn du Spieler bist, auch jetzt nicht, dass du denkst, boah, geil, wie ich bin jetzt gegen Wolfsburg. Das ist jetzt auch kein prestigeträchtiges Duell, was irgendwie noch Kräfte freisetzen würde. Das ist grauer Liga-Alltag, aber das war Augsburg auch, mit mal wieder ein bisschen Euphorie-Bremse wieder zu lockern. Lürenberg sonntags war auch nicht so das Gelbe vom Ei, was wir hatten. Augsburg hatten wir auch gesagt, ist jetzt eher so der Montagmorgen unter den Gegnern. Ja, eben. Also von daher, bislang haben wir, oder hat der Trainer es zumindestens immer gewusst, die Mannschaft auch auf einen solchen Gegner einzustellen. Vorzubereiten. Und die Allmannschaft hat es auch immer geschafft, im Spiel dann wirklich das Glück zu erzwingen, teilweise zu sagen, okay, du bringst dich dann halt durch gewisse Tore wirklich in die bessere Ausgangsposition. Das wird jetzt weiter so gehen. Wir haben jetzt echt, das ist trotzdem für mich, ich finde es trotzdem ein knackiges Programm, das hört sich vielleicht auf den ersten Blick nicht so an, aber es ist trotzdem knackig, weil in Mainz haben wir auch nie gut ausgesehen. Da erinnere ich mich an einige Spiele, wo ich nicht mal bis zum Ende geblieben bin, weil ich sauer war. Dann Wolfsburg ist auch so, da haben wir, glaube ich, in der, haben wir da nicht am ersten Spieltag irgendwann mal verloren, dann auch letzte Saison war das, ich weiß es gar nicht. Doch, das war doch Jonka, wo Jonka, das war das einzige Spiel, was Jonka jemals gewonnen hat, irgendwie, glaube ich, für Wolfsburg, war ausgerechnet bei uns das. Das ist auch so ein Gegner, dann spielst du zu Hause gegen München, wahrscheinlich haben die dann dann schon Sinn in den Zidane auf der Bank oder Arsien Wenger, das ist dann auch wieder ein anderes Spiel als jetzt und dann spielst du zu Hause gegen Leverkusen, die irgendwie, keine Ahnung, gefühlt von 4-1 gewinnen, 4-1 verlieren, ist bei denen auch immer alles drin. Kommt nicht erst Leverkusen und dann Bayern? Nein, ich habe jetzt einfach das alles zusammengeworfen, weil Berlin habe ich auch noch vergessen. Ich wollte jetzt eigentlich nur die Gegner zusammenfassen, dass bei jedem Gegner auch Dinge dafür sprechen, dass wir es nicht unbedingt gewinnen müssen, weil in Berlin ernähren ich mich auch, da war ich mir irgendwann mal, da haben wir da sechs Dinger kassiert. Also das ist, ja, das sind alles Spiele, die trotzdem vorher für mich 50-50 Spiele sind, aber die Eintracht-Harttäume war diese Saison echt ein Händchen dafür und ich lasse mich gerne ins Gegenteil überzeugen, aber ich sehe noch nicht, dass wir da weiter so marschieren, aber gut. Aber Basti, du hast vorhin noch was Gutes angesprochen und zwar kannst du dir in meinen Augen, ich bin fast so fahrlässig zu sagen, du kannst dir mittlerweile den einen oder anderen Aussetzer oder Gedankenaussetzer mal leisten im Spiel, weil du eben einen Trapp hinten drin hast, der auch so was mal wegwischt. Ich weiß gar nicht, in Augsburg war es glaube ich so eine Szene, wo Trapp dann auch mal aus dem Spiel, ja fast, ich sage mal Richtung Mittellinie dann schon läuft, um den Ball wieder nach vorne zu schlagen, wo hinten so ein bisschen problematisch war, wo ein Konter hätte passieren können, wo du einfach merkst, du hast einen mitdenkenden Torwart, der eventuell auch, wenn die Mannschaft mal nicht hundertprozentig konzentriert ist, weil eben diese Belastung über diese lange Zeit auch super schwierig ist zu handeln, aber selbst wenn dann mal irgendwie vorne was nicht läuft, haben wir immer noch einen Kevin Trapp, der eventuell da auch noch was rausreißen kann. Ja, wird auf jeden Fall ein wichtiges, aber vielleicht jetzt nicht so das Schönste aller Spiele in der aktuellen Konstellation werden. Sollen wir schon mal was zur Aufstellung sagen? Ist glaube ich aber eher so ein bisschen schwierig, weil wir ja jetzt noch nicht wissen, wir jetzt nichts beschreiten, aber wie viele Körner wir da am Donnerstag lassen müssen, das vielleicht ja dann auch noch mal so ein bisschen Indikationen ist für die Aufstellung dann da am Sonntag. Prinzipiell sind wir uns doch einig, dass wir da mit der Top-11 spielen werden, weil im Endeffekt dieser Liga-Alltag ist zwar ätzend, aber genau da kommt es darauf an, dass du Wolfsburg deutlich schlägst, da deine Punkte holst und dann sind wir alle zufrieden. Deshalb denke ich mal schon, dass wir eigentlich mit der Aufstellung vom letzten Samstag, wie wir gegen Augsburg gespielt haben, spielen werden. Wir müssen halt mal schauen, ob Salcedo wirklich fit ist. Das wäre natürlich nochmal... Also wenn er wirklich fit ist, und das war ja auch schon so ein bisschen die Andeutung, dass nach Augsburg durchaus irgendwie er als Spieler da wieder zur Verfügung stehen könnte, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann anstelle von Russ da aufläuft. Genau, aber ansonsten denke ich, oder seid ihr wahrscheinlich auf der ähnlichen Meinung, dass da wahrscheinlich dann die Aufstellung vom letzten Samstag eigentlich da wieder zum Tragen kommt. Das wäre zumindest das, mit dem ich am liebsten da ins Rennen gehen würde, ja. Wie du schon sagst, Liga ist jetzt gerade so das, wo... Da musst du die Punkte machen. Ja. Gerade jetzt mit Blick auch auf die Euroleague, wo wir zwar ja auch irgendwie, denke ich, den Tabellenersten da mitnehmen wollen, aber trotzdem, Liga, die drei Punkte, die können uns am Ende halt einfach sehr immens helfen. Auf jeden Fall, ja. Und ich bin auch optimistisch, dass wenn wir mit der Mannschaft wieder auflaufen, dass da gerade, weil es ein ähnlicher Typus ist, eben Wolfsburg, es ist eine ähnliche, auch mit der Zeit muss dann immer die Motivation musst du erst mal bringen und die Spieler vielleicht dann auch, wenn sie vielleicht jetzt auch dann mal ausgewechselt wurden am Donnerstag, sind dann vielleicht auch heiß drauf, in der Liga nochmal richtig Dampf zu geben. Also viel Spekulation, wir warten es mal ab, aber prinzipiell sind wir uns, denke ich, einig, dass wir da mit einer guten Truppe auflaufen werden. Ja. Viel Spekulatius in den heutigen Zeiten. Was tippst du denn, Dennis, wie wir da am Sonntag ergebnistechnisch stehen werden? Ich hoffe auf ein deutliches 3-0. Basti? Ich tippe 1-1. Was auch völlig okay wäre mal wieder, ich will mich jetzt auch wieder ein bisschen selber beruhigen. Das ist richtig, ein 1-1 wäre vollkommen in Ordnung, ich sage aber, nee, das wird schon so ein 3-1. Das wäre auch in Ordnung. Ja, ich habe meine Euphoriebremse vollständig demontiert. Merke ich schon. Du hast ja eh nie eine. Ja, aber... Jetzt bist du ja völlig vogelfrei, der René jetzt unterwegs. Dies Jahr brauchen wir sie gar nicht mehr. Komm. Thema durch. Können wir hier nach der Winterpause wieder darüber reden. Dies Jahr habe ich ja keinen Bock mehr zu. Bevor der Basti uns jetzt gleich Richtung 93 hier verlassen muss, arbeitsreicher Podcast-Abend für den Herren, wollen wir zumindest mal schnell noch den Dummschwätzer auflösen und ihm die Möglichkeit geben, einen Nominierten für diese Woche vorzuschlagen. Ihr wisst noch, wer letzte Woche alles im Lostopf war? Nicht wirklich. Wir hatten zur Auswahl Thomas Müller, wir hatten Napoli, wir hatten Sport 1, wir hatten den Herrn Grindl, wir hatten The Voice of Germany und den Schnurrbart von Thomas Müller am Ende. Ich glaube, der Schnurrbart hat gewonnen. Der Schnurrbart hat nicht gewonnen, der ist Dritter. Schon unglaublich eigentlich, aber gut. Zweiter ist Napoli und gewonnen mit 34,2 Prozent der Herr Grindl. Ach, guck mal hier. Bekannter ein. Ja, ist, glaube ich, vollkommen verdient. Wir fassen nochmal zusammen, das war für die Erklärung mit, ja, Länderspiel Montag. Montag geht man nicht so gerne ins Stadion und übrigens haben wir genauso viele Fans wie Leipzig, also alles ist gut. Ja. Gute Nacht, Marie. Ich, bevor ich jetzt weg muss, ich nominiere Uli Hoeneß für die neue Woche. Für? Bekanntes Gesicht unserer schönen Kategorie hier, für die Aussage, dass er die Presse nach dem letzten Spiel gegen Düsseldorf jetzt aufgefordert hat, sich doch mal einzelne Spiele rauszupicken und die zu kritisieren. Ja, ja. Wenn man das in den Kontext zu dieser Legendaire-Pressekonferenz setzt, dann verliert man völlig den Überblick, was mit diesem Mann überhaupt los ist. Der ist ja nicht ganz dicht. Ich weiß nicht, ob er selbst noch weiß, was er in die Form vorhin erzählt hat. Nein, ich glaube es langsam auch nicht mehr. Ich glaube es langsam auch nicht mehr. Irgendwas stimmt nicht. Da bist du übrigens in guter Gesellschaft mit AI-Lippold und Bohnsen-VD, die haben auch beide Uli Hoeneß für genau diese Aufforderung nominiert. Was ist denn? Also, ich weiß nicht. Kann ja auch immer mal passieren, dass du sagst, okay, letzte Woche habe ich mich da im Ton vergriffen, aber bei ihm ist es ja in der Regel. Ja, aber gut. Ich glaube, der steht da gerade ganz gewaltig unter Druck und weiß irgendwie nicht, was er tun soll, außer mit so einer klassischen Nebelkerzen-Ablenkungstaktik. Genau, er kennt es halt nicht anders von früher, weil es früher geklappt hat, aber irgendwie verkauft er nicht, dass es nicht mehr geht. Naja, ich wünsche euch noch viel Spaß, meine lieben Freunde. Ja. Dankeschön, was steht dir auch. Wir sehen uns hoffentlich am Donnerstag, Dennis. Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, ich sage auf jeden Fall nochmal Bescheid. Perfekt, mein Lieber. Bis dann. Ciao. Bis gut. Tschö, tschö. Ciao. So, dann machen wir doch weiter. Dann hatten wir hier diesen Nominierten schon auf der Liste. Dann haben wir eine weitere Hörernominierung von Bohnsen-VD und gleichzeitig auch von JMK1337 und von Fükos. Die drei nominieren Niko Kovac für den wunderbaren Satz. Wenn wir die drei Gegentore abziehen, haben wir über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, dass das so ein bisschen aus dem Kontext raus ist. Da war noch ein bisschen vorne und hinten dran. Aber ganz ehrlich, du spielst 3-3 gegen Düsseldorf. Du bist seit Jahren der haushohe Favorit. Du kriegst nichts auf die Kette und lässt dir in der letzten Minute die Butter vom Brot nehmen. Das ist das ärgerliche Fußball, das ein Ergebnissport ist. Ja, ja, das ist es halt. Also, nee, das ist wirklich, also, du merkst natürlich auch, Niko Kovac kommt mittlerweile an die Grenzen der Erklärungs- oder der klaren Erklärung, muss man wirklich sagen. Hier wird auch immer mehr in den Phrasen gesucht und wir haben doch super gespielt und erkennt dann keiner diesen Trend nach oben. Leider nein, weil wenn du, wie du es richtig sagst, René, wenn du gegen Düsseldorf dann 3-3 spielst und Düsseldorf wirklich für mich zu einem der klaren Absteiger in dieser Saison eigentlich schon zählt, dann wird es wirklich schwierig. Also, da ist Niko Kovac seiner Zeit, ich glaube, es wird ja auch verkündet, er hat jetzt noch Zeit gegen, wen spielen sie? Benfica, glaube ich, morgen. Wenn er da jetzt keine Punkte holt oder eine wirklich mega, mega, super geile Leistung zieht und trotzdem unglücklich verliert, dann sind seine Tage gezählt. Ich glaube, auch wenn er eine geile Leistung zeigt, ist er spätestens zwei, drei Spieltage später dran. Ja, die Aussage von Hoeneß oder Rummelinger, ich weiß nicht mehr, wer von den beiden das war, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer von den Aussagen her, die beiden auseinanderzuhalten. Er hat ja, der oder der, je nachdem, gesagt, gegen Benfica ist Niko Kovac definitiv noch unser Trainer. Genau. Also ganz ehrlich, wenn du dem Trainer Vertrauen ausdrückst und an ihn glaubst, dann machst du das nicht nur an dem nächsten Spiel fest. Ja, das stimmt. Ist rhetorisch so ein bisschen schwierig. Aber nun gut, wir sind im FC Bayern-Podcast, da gibt es andere jedenfalls. Ne, überhaupt, das ist in Ordnung, also kann man ruhig auch mal so stehen lassen. Auch Niko Kovac darf hier gerne mal auf unserer Liste vor. Genau, er hat sich damit, glaube ich, keinen allzu großen Gefallen getan. Eine weitere Hörernominierung, diesmal von Ed Wortwicht, auch ein alter Bekannter. Wir hatten ihn schon mal, aber wir müssen ihn hier einfach nochmal aufbringen. Und zwar Peter Beuth, wir kennen ihn, unseren Minister für Inneres und Sport in Hessen, der zum wiederholten Mal auf seine Forderungen hinweist, dass doch bitte für das Zünden von Pyrotechnik in Menschenmengen definitiv mit Haftstrafen demnächst zu agieren ist, weil das ist ja auch gut für die Abschreckung. Ja, das ist immer wieder, er holt auch immer wieder dieselbe Geschichte aus, er merkt doch auch, also wenn du es zehnmal sagst, ist es nicht richtig, es ist wirklich, es nervt, aber gut, man kann verstehen, die Grundaussage, manchmal kann ich ihn ja verstehen, dass er sagt, gefährlich bitte, die Leute werfen es auf andere und dann brennt es und es ist doch gefährlich, es ist doch heiß, da sagt auch gar keiner was dagegen. Aber diesen Käse, diese Pauschalisierung wieder, die hier vorgehen wird, das ist halt das Schlimme. Aber ganz ehrlich, hast du schon mal Funken von so einer scheiß Wunderkerze abbekommen? Die sind auch heiß. In sechs Wochen ist Silvester, da stehen in Berlin und sonst wo Millionen von Menschen wieder da und halten gemeinsam diese Wunderkerzen hoch. Da kommt halt auch keiner mit dem Wasserwerfer und macht da mal irgendwie trocken. Noch nicht richtig, noch nicht. Also Wasserwerfer trocken machen, ist auch cool. Ja, das wird schwierig. Ja, aber von daher, also das ist halt auch wieder so, ich muss mich irgendwie gerade eben nach vorne drängen, Aussagen wird halt auch nicht besser, indem man sie mehrmals aufführt. Sonst hätte er gar kein Profil mehr. Ob das jetzt so ein Gutes ist, weiß man nicht. Dann haben wir noch eine höhere Nominierung und zwar von Ed Schmakowatz. Dort wird nominiert Didi Hamann, der bei Sky 90 von einem Gewaltproblem im deutschen Stadion gesprochen hat und sich dabei auf den Blocksturm der bayerischen Polizei gegen Fortuna 95-Fans bezogen hat. Vielleicht nochmal irgendwie zum Hinweis, es gab da irgendwie auch keine klaren Aussagen. Ich habe versucht, mir das nochmal irgendwie durchzulesen und es war so ein bisschen uneindeutig. Auf der einen Seite wird gesagt, dass es ein Thema gab mit Trommeln, die nicht angemeldet gewesen wären. Dann sagen wir darum andere Berichte, die aus meiner Sicht hauptsächlich durch die Bild-Zeitung als erstes kamen und von da aus dann auch so ein bisschen abgeschrieben worden sind, dass die Fans beim Betreten des Blocks einen Ordner überrannt hätten, weil es ihnen nicht schnell genug ging. Also keine klaren Aussagen, jedenfalls müssen daraufhin wohl relativ radikal so ein paar hier von den Stormtroopern da reinmarschiert sein, um da irgendwie für Ordnung zu sorgen. Die offiziellen Pressemitteilungen halten sich dann da wieder irgendwie sehr zurück bei, ich glaube Fanszene, Fankurve irgendwie, hatte ich glaube ich gelesen, dass sich die Fortuna-Fans erstmal sehr zurückhaltend, sehr zurückhaltend waren, das war der Satz, den ich eigentlich bringen wollte. Und natürlich, klar, wenn dann irgendwie hier so eine Ladung schwarze Männchen da irgendwie auf dich zurennt, irgendwann ist dann halt auch mit Zurückhaltung Eifel mal rum. So viel zur Situation, Didi Hamann führt es jetzt an und sagt, wir haben ein Gewaltproblem in deutschen Stadien. Also ganz ehrlich, ich habe… Das ist auch, diese Pauschalisierung ist halt wieder schlimm, ja. Also ganz ehrlich, ja, da ist manchmal so ein bisschen Stimmung, da ist Emotion, aber wir sind von einem Gewaltproblem weit entfernt. Aber dadurch hat Didi Hamann hier in diese wunderschöne Sendung geschafft, danke, danke dafür. Nein, ist definitiv was, was man nicht ganz nachvollziehen kann, es sind ja Szenen, wenn man jetzt wieder weggeht von diesem, ich wollte jetzt noch was sagen, aber mit dem Szenen-Gewaltproblem würde ich dann eher sagen, bei dem, was ist denn Poker, Copa, was ist das hier, argentinische Champions League-Variante. Also da war definitiv ein Gewaltproblem. Also da kann ich das sehen, dass da wirklich ein Gewaltproblem herrscht. Aber wenn hier von Gewaltproblemen in deutschen Stadien, weil mal so eine Szene, klar ist unschön, es gibt immer mal Probleme, aber das sind Einzelfälle. Das ist ja ähnlich wieder zu sehen wie mit dem ganzen Pyro-Zeug. Klar, wenn es die große Masse ist, garantiert nicht straffällig oder macht da irgendwas total Schlimmes, wofür sie in Haft müssen. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Chaoten, der das lieber nicht machen sollte. Aber genauso ist es hier. Also wenn du hier von einem Gewaltproblem stehst, ist viel zu groß aufgehangen. Also Didi Hamann, tut mir leid, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. So, dann haben wir als letzte Hörernominierung, die kam gerade eben ganz taufrisch über Twitter rein. Von daher muss ich jetzt mal gucken, wie ich das hier noch zusammenkriege. Und zwar von Mr. Joe Fixit. Kalle Rummenicke, der immer noch nicht in der Lage ist, einem erfolgreichen Gegner Respekt zu zollen. Er wird hier in der Nominierung zitiert in einem Beitrag bei Transfermarkt.de und bezogen auf die letzte Saison sagt er, wir haben die Meisterschaft mit 20 Punkten Vorsprung gewonnen und leider das DFB-Pokalfinale selber hergeschenkt. Ganz ehrlich, ihr wart halt einfach schlecht. Und noch viel schlechter ist, dass du es selbst ein halbes Jahr später nicht auf die Kette kriegst, zu sagen, dass es auch mal andere gab, die besser waren. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Das kann ich leider nur so unterstützen, deine Aussage. Ja, nee, es ist schade. Schade, dass er im Endeffekt das so sieht. Aber, naja, hergeschenkt. Oder wir haben verdient am Ende. Wir sind deutscher Pokalsieger. Also scheißegal. Danke, Kalle. Danke, Kalle. Und allein für die Fratze, die er und Uli H. nach dem Spiel oder kurz vor dem Abpfiff da gezogen haben, die kann ich mir die nächsten 30 Jahre angucken und freue mich jedes Mal wieder. So ist das. So. Ich habe einen Nominierten und zwar hier unseren allseits geschätzten FIFA-Präsidenten, den Herrn Infantino. Du hattest es ja gerade eben schon angedeutet, da war am Wochenende dieses Spiel zwischen Bucca... Sollte. Sollte sein. Sollte stattfinden. War ja schon mal verschoben. Dann gab es ja diese ganzen Ausschreitungen vor dem Stadion, wo ja auch der Bus schwer mit Steinen beworfen worden ist. Der Mannschaftsbus. Der Mannschaftsbus, genau. Und es schwere Verletzungen und so weiter gab. Dann zusätzlich noch irgendwie die Polizei meinte, das Ganze mit dem Abfeuern von Tränengas-Granaten irgendwie beruhigen zu wollen, wovon dann auch die ein oder andere mit in den Bus wohl gelandet ist. Erinnert so ein bisschen an diese ganze Dortmund-Geschichte. Und es ist, glaube ich, absolut nachvollziehbar, dass du dann als Spieler alles andere im Kopf hast, als jetzt irgendwie Fußballspielen. Und dann hast du diesen... Ich glaube, es waren auch Spieler verletzt. Ich glaube, der eine hatte doch irgendwie am Auge eine Verletzung. Der eine war irgendwie mit dem Auge. Und dann hast du diesen geschätzten FIFA-Präsidenten, der auch diesen verletzten Spieler aus dem Stadion oder aus dem Krankenhaus wieder zurückkommen lässt, weil er ja unbedingt dieses Spiel antreibt, mit Hörensagen zumindest, oder wurde in der Presse relativ einstimmig so kommuniziert. Und es sehr wahrscheinlich einfach drauf hinauszuführen ist, dass es halt eben einfach Fernsehrechte gibt, die einzuhalten sind. Du, ganz ehrlich, da sind Leute mit Steinen beworfen worden. Da hast du wahrscheinlich auch ziemlich viel Todesangst, wenn du in so einem Bus sitzt, der irgendwie in so einer Menschenmasse ist und da Zeug durch die Scheiben fliegt. Also ich würde da nicht irgendwie ruhig sitzen. Das ist definitiv mehr Gewaltproblem, als ich es bislang in deutschen Stadien erlebt habe. Und dann kommt so ein Lurchter an und will einfach, dass du dann trotzdem auf den Platz gehst und da spielst. Nee, Thema durch. Ganz ehrlich, braucht man nicht. Kann bitte auch Konfliktszählen gehen. So ist es, ja. Hast du noch jemanden für unsere Nominiertenliste für den dieswöchigen Dummschwärzer der Woche? Nein, ich habe niemanden mehr. Aber es sind ja auch doch einige schon. Genau, haben wir eine, wie ich finde, wieder recht runde Liste. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, eure Aufgabe geht auf eintracht-podcast.de auf die Folge 330. Abstimmen und dann werden wir nächste Woche mal gucken, wer denn hier das Rennen gemacht hat. Und da fällt mir ein, das habe ich vorhin ganz... Reden eh das Intro. Das Intro vergessen durch dieses Ganze mit Basti hier hin und her. Ja, und hast du nicht gesehen, haben wir... Intro hier bitte einfügen. ...tal das Intro vergessen. Ja, da müsst ihr dann jetzt durch. Dann jetzt diese Woche ohne Intro. Aber die nächste Kategorie, die hat definitiv ein Intro. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständige Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt veröffentlichen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Es ist mir jetzt schon so ein bisschen peinlich, dass ich vorhin das Intro da vergessen habe, aber na gut. Kein Stress. Wir haben eine gute Tat der Woche geschickt bekommen vom Andreas. Der hatte uns die eigentlich schon für die Sendung der letzten Woche geschickt, aber ich, Dösbattel, habe das dann auch irgendwie wieder total vergessen. Ich hatte es die Woche dann auch nochmal auf Twitter gepostet. Es sei aber noch hier erwähnt, es geht um das Projekt 200+. Ihr könnt noch bis zum 30.11. bei diesem Projekt in den angegebenen Abgabestellen Geschenke abgeben, und zwar für Kinder in osteuropäischen Kinderheimen, die sonst nichts haben. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, bis zum 30.11. noch ein paar Tage Geschenke abzugeben für Weihnachten. Ihr findet alle Infos auf der Seite projekt200plus zusammengeschrieben.de. Ich packe den Link auch nochmal in die Sendungsnotizen. Ich finde sowas immer eine grandiose Sache und finde, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, bei sowas mitzumachen. Wir hatten ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon das Frankfurter Kinderbüro. Das ist eben nochmal ein anderes Projekt, kann man sich für das entscheiden, wo man jetzt irgendwie mehr… Oder beides. Oder beides, ja, aber möchten wir an dieser Stelle einfach erwähnen, ist definitiv etwas für diese Kategorie. Sehr gut, auf jeden Fall. Und dann kommen wir relativ schnell sogar schon zu den Empfehlungen für diese Woche. Und ich empfehle ganz klar den Auftritt von unserem Cheftrainer Adi Hütter im Sportstudio. Im Sportstudio, ja, war sehr gut. Ich fand das einen sehr sympathischen Auftritt. Es waren auch gute Fragen dabei, muss man auch dazu sagen, da hat man auch schon viel Schlimmeres gesehen. Oh ja. War in Summe ein sehr, sehr runder Auftritt. Nein, da merkst du einfach, dass ein ruhiger Kerl ist, konzentriert, strukturiert. Nein, gefällt mir wirklich gut. Also du merkst einfach, ich glaube, diese Ruhe, die er da ausgestrahlt hat, das ist auch das, was ihn in der Mannschaft so ein bisschen ausmacht, was auch den Erfolg momentan ein bisschen ausmacht. Die Spieler merken auch, dass er ein ruhiger Kerl ist, auch wenn er mal ein Gegentor kommt, rastet er ja auch nicht sofort total aus. Ich denke, er findet die richtigen Worte, hat mir auch sehr gut gefallen, sehr sympathisch und ja, auf jeden Fall eine schöne Sache. Wie gut die Stimmung in der Mannschaft ist, siehst du auch, hast du den Tweet gesehen von Gelsan Fernandes davor? Ja, warte mal, wo er sich fertig macht, wir haben noch morgen Training. Genau, der Eintracht postet ein Bild, wo Adi Hütter in der Maske sitzt und Gelsan Fernandes antwortet drauf und schreibt, das ist nicht professionell, wir haben noch morgen Training. Also das zeigt halt auch, wie geil diese Stimmung in dieser Mannschaft halt einfach auch gerade sein muss. Ja, richtig, richtig cool, auf jeden Fall. Nein, also wir müssen ja immer wieder festhalten, wie skeptisch wir waren. Adi Hütter kommt für uns in der Bundesliga, Neuling, dazu noch die schwere Bürde, so einen Multikulti-Trupp zu übernehmen von Kovac. Wo halt auch viele Integrationsfiguren einfach dann auch rausgehen. Man muss halt schon sagen, wir waren am Anfang ja auch sehr skeptisch mit dem Weggang von Boateng, wo wir gesagt haben, da fehlt halt auch so ein bisschen der Lieder und der Lautsprecher in der Truppe. Aber Respekt. Funktioniert ja super. Ja. Funktioniert ja, insbesondere jetzt, die ersten Spiele waren ja auch nicht wirklich doll, aber er merkt auch, was mir gefällt, er sieht die Stellschrauben offensichtlich und die kann er drehen. Jetzt auch wieder gegen Augsburg, du hast das Problem, ah, erste Halbzeit, das Ende funktioniert gar nicht mehr, du kommst raus, machst das Tor, er scheint wirklich da die richtigen Worte zu finden, er scheint die richtigen Stellschrauben zu finden. Gefällt mir sehr gut, vielen Dank, Adi Hütter, an der Stelle nochmal und wirklich starke Aufträge am Samstag im Sportstudio gehabt. Dann hast du noch was in die Empfehlungsliste getrieben. Ja, 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 und zwar, ich weiß nicht, ob du auch das Problem hast, René, aber ich hasse es, einen Granatapfel zu schälen. Denn insbesondere sieht danach die Küche immer aus, als wäre ein Schlachtfeld entstanden. Dementsprechend habe ich heute bei Twitter gesehen gehabt, ich weiß leider nicht mehr genau, ich habe es retweetet, auch mit Kommentar, ich weiß gar nicht mehr genau, von wem das Originalvideo kam. Ein Video zur, wie schäle ich sozusagen einen Granatapfel richtig, um an die Frucht innen drin dran zu kommen und das hat mir sehr gut gefallen. Dementsprechend ist das auf jeden Fall meine Empfehlung heute, denn es erleichtert, glaube ich, mein Leben ungemein. Ja, also ich werde dir immer mal so ein bisschen komisch angeguckt, wenn ich mir auf YouTube Videos angucke, wie andere Leute Computerspiele spielen, aber Videos mir anschauen, wie man einen Granatapfel richtig schält, das ist mir noch nicht untergekommen, aber für die Menschen, die Granatapfel mögen, ist das sicherlich eine sehr valide Empfehlung. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich bin da eher für andere Früchte zu haben. Ich hoffe es gibt dem einen oder anderen ein bisschen stressfreie Zeit. Und wenn ihr schon auf YouTube seid, dann könnt ihr euch mit Sicherheit auch die neue Folge Fußball 2000 anschauen, die kam so ganz knapp hier vor unserer Aufnahme rein, deswegen habe ich sie selbst auch noch nicht gesehen. Ich habe sie auch noch nicht gesehen, nein. Ich würde jetzt mal behaupten, bislang haben die Herren da sehr viel richtig gemacht, von daher würde ich es jetzt mal ungesehen empfehlen, wenn ich damit falsch liegen sollte, dann entschuldige ich mich in der nächsten Woche, versprochen. Aber ansonsten sollte das, glaube ich, eine gute Idee sein, wenn ihr eh gerade schon da auf YouTube seid. Hast du noch weitere Empfehlungen? Nein, ich habe keine weiteren Empfehlungen. Ja, dann sind wir an diesem heutigen vorgezogenen Dienstag auch schon ziemlich flott hier durch. Wir sind so ein bisschen durch das Programm durchgehuscht, aber das war jetzt auch leider nicht anders zu machen. In den nächsten Wochen oder zumindest in der nächsten Woche wird es wieder ein bisschen entspannter, wobei ich schon mal andeuten kann, es wird unter Umständen auch die ein oder andere Verschiebung geben, weil jetzt einfach so dieses Vorweihnachtsprogramm startet, wo es manchmal ein bisschen schwierig ist mit der Terminlage, der ein oder andere kennt das vielleicht. Von daher, wir kündigen das dann aber sehr rechtzeitig an. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal, weil Monatsende ist, bei allen bedanken, die uns diesen Monat wieder supported haben. Mit Kommentaren, mit Feedback, mit E-Mails, mit Dummschwätzer-Nominierungen, mit allem, was dazugehört. Auch mit Spenden und vor allen Dingen auch die Menschen, die unseren Amazon-Affiliate-Link geklickt haben. Ganz, ganz großes Kino. Ihr helft uns einfach wahnsinnig damit, dass wir dieses kleine Programm da mit am Leben halten. Und von daher nochmal der Hinweis, wenn ihr für Freunde und Familie bei Amazon Weihnachtsgeschenke kauft, nutzt doch unseren Affiliate-Link. Ich will jetzt nicht damit aufrufen, alles direkt bei Amazon zu machen. Ich finde Händler vor Ort super, aber Amazon ist der einzige Weg, über den wir da was machen können. Und manchmal ist es halt auch einfach. Also wenn ihr sowieso da seid und darüber bestellt, denkt doch vielleicht dran, nutzt unseren Affiliate-Link. Bei uns bleiben zwei, drei Cent hängen, wenn ihr nicht direkt spenden wollt, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Und ansonsten freue ich mich jetzt schon wieder sehr auf E-Mails, Kommentare und Feedback zur aktuellen Sendung. Und ich glaube, damit sind wir dann auch für diese Woche durch. Wir wünschen allen, die am Donnerstag im Stadion sind, einen wunderschönen Fußballabend. Und wir gratulieren allen, die sehr wahrscheinlich eine Karte für Rom bekommen haben. Ich glaube, das ist ein Thema, da werden wir nächste Woche, wenn die Runde hier noch mal größer ist, noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen und auch mal gucken, wie es denn hier so in den Kreisen ist. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Fußballwochenende, auch wenn Sonntag 18 Uhr vielleicht nicht so die optimale Zeit ist. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in der gewohnten Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschööööööh Hey, Hey, Hannibalmann hey 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 Ich kann das mal vor. Ich kann das mal vor. Ich kann das mal vor. Vielen Dank.